Bist du sicher, dass du dich über diesen Pilz informieren möchtest? Diesen giftigen, verbotenen Pilz? Bist du ganz sicher, dass du das machen möchtest? Wenn ja, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Mein Name ist Lionel aka King Fliegenpilz. Ich liebe den Fliegenpilz und ich erkläre dir alles in diesem Video, was ich über diesen Pilz weiß, was ich über den Pilz erfahren habe. Und ja, herzlich willkommen zum ultimativen Fliegenpilz-Guide. Also, alles hat vor ein paar Jahren angefangen. Da habe ich gehört, dass der Fliegenpilz ja irgendwie geil sein sollte und gar nicht giftig sein sollte. Und dann habe ich natürlich erst mal fünf Minuten recherchiert und mir den direkt mal besorgt und dann ausprobiert. Denn in meinem Leben heißt es, probieren geht über, studieren. Das empfehle ich so natürlich keinem. Man sollte sich immer zuerst informieren, sich dann vorbereiten und planen und danach Dinge ausprobieren. Ich mache das immer andersherum. Und dementsprechend habe ich auch eher so einen ruckelhaften Einstieg bekommen. Aber mehr dazu vielleicht später. Ja, ich hatte Erfahrungen mit dem Fliegenpilz, die mich komplett, boah, wie soll ich sagen, die meine Vorstellung gesprengt haben und mir sehr viel über das Leben beigebracht haben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gelesen, dass der Fliegenpilz in alten nordischen Völkern schon lange, seit tausenden von Jahren als Rauschmittel verwendet wurde, aber auch in Form von, also in religiösen, schamanischen Ritualen in Verwendung gefunden hat. Ja, manche führen sogar die Figur des Weihnachtsmanns auf den Fliegenpilz zurück. Zum einen, weil er immer rot-weiß gekleidet ist. Zum anderen, weil Rentiere ganz typischerweise super gerne Fliegenpilze essen. Und dann, weil es damals eine Tradition gab in diesen nordischen indigenen Kulturen, dass der Schamane am Ende des Jahres die Pilze durch den Schornstein in die Häuser der Menschen gebracht hat, weil die Türen oft von hohem Schnee versperrt waren. Und durch diese Legenden und Mythen sei der Weihnachtsmann entstanden und außerdem bringt der Weihnachtsmann am Ende des Jahres Geschenke. Und ganz typischerweise wird der Fliegenpilz in den Raunächten, also in den Nächten am Jahresende, innerhalb des Jahreswechsels konsumiert. Und in dieser Zeit kommt halt der Weihnachtsmann und bringt Geschenke. Und das könnte eine Metapher sein für das Trippen, für die psychedelische Erfahrung, für die Bewusstseinserweiterung mit dem Fliegenpilz. Denn in diesem erfährst du einen Rausch, bekommst Visionen, hast Halluzinationen und du bekommst Geschenke. Oder aber du kriegst richtig auf den Sack. Das heißt, entweder kommt der Weihnachtsmann, kommt Santa Claus und bringt dir Presents oder Knecht Ruprecht kommt mit der Rute und haut dir so ein bisschen spielerisch auf den Arsch, auf die Finger für das, was du im Jahr verbockt hast. Und genau so waren dann auch meine Erfahrungen, meine hochdosierten Erfahrungen mit dem Fliegenpilz. Nämlich, dass es eine Art Lehrer war, der mich moralisch gewertet und auch gerügt hat und mir Dinge aufgezeigt hat. Der hat zu mir gesprochen, mir Bilder gezeigt und mir Sachen erklärt. Und seitdem bin ich total fasziniert von diesem Pilz und denke mir, hä? Warte mal, wir sind überhaupt nicht aufgeklärt. Und ja, ich möchte euch einfach nur aufklären über diese Power und über dieses Potenzial, das dieser Pilz hat, der Gott sei Dank in Deutschland legal ist. Außerdem gibt es Märchen, in denen vom goldenen Mehl gesprochen wird. Und goldenes Mehl, ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass damit geschredderte Fliegenpilz-Kapseln gemeint sind, die im Mittelalter sehr, sehr teuer waren. Es gibt auch Geschichten darüber, dass reiche Leute im Mittelalter dieses Fliegenpilz-Pulver zu sich genommen haben. Und die armen Menschen haben dann die Pisse der Reichen getrunken, um noch ein paar Moleküle von diesem super gehypten, kostbaren Schatz zu haben. Wie kommt es, dass der Fliegenpilz so unglaublich wertvoll war damals und auch heute noch ziemlich teuer und wertvoll ist? Ja, ganz einfach, die Menschheit war vor 30, 40 Jahren auf dem Mond, vermutlich. Aber es hat noch kein Mensch dieser Welt geschafft, den Fliegenpilz zu züchten. Super viele Pilzsorten dieser Welt lassen sich vom Menschen züchten. Aber der Fliegenpilz, den gibt es nur und ausschließlich wild gewachsen. Denn er wächst in einer Symbiose mit gewissen Pflanzen und Bäumen, die immer noch geheim ist. Kein Mensch hat also geschafft, in einem Labor oder zu Hause, in einer Zuchtbox, einen Fliegenpilz zu züchten. Darum, den gibt es nur wild. Der ist nicht irgendwie produzierbar oder industriell herstellbar. Deswegen ist der super wertvoll. Denn die kommen nur einmal im Jahr an gewissen Orten, müssen dann gesammelt und getrocknet werden. Aber hier ist die gute Nachricht für all die Brokeys da draußen. Ihr könnt auch rausgehen und den selber sammeln. Denn der Fliegenpilz wächst überall und wenn man sucht, wird man schon fündig. Außerdem wird die Wissenschaft gerade neugierig und fängt an, an dem Fliegenpilz zu forschen. Denn er könnte gegen Depressionen helfen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er das tut. Aber naja, jetzt gibt es eine Universität in Kanada, die ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen hat. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Beim Fliegenpilz ist es so, dass er in kleinen Dosen anregend wirkt. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht und mein Umfeld hat die Erfahrung gemacht, dass der Fliegenpilz die Leistungslust steigert. Damit, dass er dir das Gefühl gibt, dich zeigen zu wollen. Also du hast nicht mal so eine Hemmung anzufangen, sondern du machst einfach. Du willst Dinge nach vorne bringen. Du willst, dass die Welt dich sieht. Du willst so mit dem Kopf durch die Wand und hast Lust auch an Konflikten und hast so ein bisschen Spaß an Reibung und bist so ein bisschen neckisch. Also deswegen nennen wir das Fliegenpilzpulver auch so in internen Kreisen gerne Waldkokain oder das Kokain des Waldes. Denn es gibt dir diesen Push ohne irgendwelche Nebenwirkungen, ohne dass du dich körperlich schlecht fühlst. Du fühlst dich ausgezeichnet, hervorragend. Und ja, deswegen lieben wir es, den Fliegenpilz zu mikrodosieren. Die Dosierung ist zum einen abhängig davon, welche Ernte du gerade erwischt hast. Denn jede Ernte ist unterschiedlich potent. So ist das nun mal bei Natursubstanzen. Ja, du kannst dir vorstellen, im Fliegenpilz gibt es zwei Moleküle, die psychoaktiv wirken, die man so entdeckt hat. Das eine nennt sich Muskimol, das andere nennt sich Ibutensäure. Und beide haben einen psychoaktiven Effekt auf dein Gehirn. Aber in verschiedenen Pilzen ist der Gehalt unterschiedlich. Deswegen gilt es beim Microdosing, erstmal sich langsam ranzutesten. Denn vielleicht hast du ein sehr potentes Pulver, vielleicht hast du ein bisschen ein weniger potentes Pulver. Das Verhältnis zwischen Ibutensäure und Muskimol wird bei unseren Pilzen im Labor getestet. Du kannst es also im Vorhinein schon wissen. Nichtsdestotrotz solltest du erstmal testen, wie dein Körper darauf reagiert. Unsere Tests haben ergeben, dass ein halbes Gramm eigentlich optimal ist. Ein halbes Gramm Fliegenpilze morgens räuchern und der Tag kann beginnen. Wichtig ist, dass du das auf leeren Magen machst. Wenn du Kartoffelbrei im Bauch hast und dann ein halbes Gramm Fliegenpilze zu dir nimmst, wirst du davon nichts merken. Wenn du allerdings einen leeren Magen hast, Fliegenpilze zu dir nimmst und dann sehr achtsam bist und dich beobachtest, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Handlungen beobachtest, wirst du den Effekt feststellen, kennenlernen. Und dann kannst du von dort dich entweder hocharbeiten oder runterarbeiten. Es ist also wichtig, ein bisschen Arbeit zu investieren, dass du deinen Körper, deinen Geist kennenlernst. Dass du weißt, wie du auf welche Dosis reagierst. Aber 0,5 Gramm ist beim Microdosing so das Mittelmaß und ich würde sagen ein guter Start. Viele haben uns erzählt, dass die Fliegenpilze auch Microdosen, um ihre Kaffeesucht zu bekämpfen. Wer Fliegenpilze in kleinen Dosen zu sich nimmt, der bekommt nicht mehr diesen Heißhunger, diesen Appetit auf Zucker, auf Koffein, auf ich will jetzt irgendwas, dieses Instant Gratification, diesen kleinen Dopamin-Kick, dem braucht man nicht mehr. Der Fliegenpilz macht einen schon so wach und so alert, dass man gar keinen Bock mehr hat auf irgendwelche neuen Pusher, weil der schon genug pusht. Deswegen ist er super, um so eine Sucht zu bekämpfen. Macht der Fliegenpilz süchtig? Nein, null. Du wirst doch nach zwei Tagen, drei Tagen ungefähr keinen Bock mehr drauf haben, wieder ein, zwei Tage Pause machen. Das ist ja das Schöne an allen möglichen psychedelischen Substanzen. Es ist erwiesenermaßen so, dass es keine Süchtigen dessen auf dieser Welt gibt. Und bevor du dir jetzt tausendweite Fragen stellst, wie merken die anderen, dass ich auf Fliegenpilzen bin? Kann ich damit Auto fahren? Sollte ich damit einen Ehevertrag unterschreiben? Probier es einfach aus. Es ist nicht giftig. Dir kann also nichts passieren. Nimm einfach kleine Mengen und dann arbeite dich langsam hoch und schau, wie dein Körper darauf reagiert und ob du mit diesem Bewusstseinszustand was anfangen kannst oder ob das vielleicht überhaupt nichts für dich ist. Denn Achtung, es gibt auch einige Menschen, bei denen der Fliegenpilz überhaupt nicht wirkt. Null. Auch in sehr hohen Dosen überhaupt nicht wirkt. Und vielleicht gehörst du auch zu dieser kleinen Gruppe. Das musst du halt herausfinden, wenn du Bock drauf hast. Wenn du Bock drauf hast, be my guest. Ich mache das alles hier nur, weil ich vom Fliegenpilz so begeistert bin. Ich hatte nämlich einen Moment in meinem Leben, der so einen richtigen Turning Point dargestellt hat. Ich war in meinem Zimmer auf 8 Gramm Fliegenpilzhüten und hatte so eine heftige psychedelische Erfahrung. Ich habe einen Moment erlebt, der sich kaum in Worte fassen lässt. Ich war in meinem Raum super high auf Fliegenpilz und habe so Downloads bekommen und zu mir hat jemand gesprochen. Es war so ein Gefühl, so eine Mischung aus Jesus, Weihnachtsmann, Guru, Lehrer, lustiger Cousin. Ich habe so dieses Gefühl von so einer Figur, die zu dir spricht und ich konnte alle meine Fragen stellen und die Antworten kamen so bam, 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 so geschossen. Und so kannst du dir auch die verschiedenen Psychedelika vorstellen. Alle belehren dich, aber alle so auf eine unterschiedliche Art. Und der Fliegenpilz ist für mich im Gegensatz zu anderen psychedelischen Substanzen eben nicht egoauflösend gewesen. Also, dass dein Ich aufgelöst wird, du deinen Namen vergisst, deine Identität transzendiert wird vom einsamen Individuum zum kollektiven Ganzen. Dazu vielleicht mehr in einem anderen Video. Aber der Fliegenpilz hat eher das Ego gestärkt. Das heißt, es hat dich reduziert. Zum Vergleich, die sogenannten Magic Mushrooms, die Psilocybin-haltigen Pilze, die zeigen dir, wie vielschichtig eigentlich das Leben ist. Aus wie vielen Perspektiven du deine Vergangenheit noch sehen könnt und deine Situation. Und aus wie vielen verschiedenen Augen man eine Sache betrachten und auch werten kann. Ja, es zeigt dir also, wie komplex alles ist. Der Fliegenpilz hingegen, bam, der reduziert alles auf deinen Weg, auf deinen Namen. Auf das, was du in deinem Ego, in deiner Person, in deiner Figur hier als Mensch bist. Und das war für mich so interessant. Dieses Gefühl, reduziert zu werden auf meine Person und so ein Gespür zu bekommen, was ist das überhaupt? Ego. Alle sprechen davon. Was ist damit gemeint? Alle sagen den ganzen Tag, ich will, ich möchte, ich, 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 ich. Aber was ist dieses Ich? Und das kann man einmal ganz kompliziert und spirituell und mystisch betrachten und sagen, okay, das Ich gibt's nicht. Oder das Ich ist das große Ganze. Oder Gott ist das Ich. Oder Ich ist alles. Ich bin überall dies, das, andernas. Das hilft aber keinem so wirklich weiter, weil das nicht so richtig greifbar ist. Beziehungsweise, das unterstützt sich jetzt nicht in deinem Alltagsvorhaben. Und der Fliegenpilz hingegen, der dreht den ganzen Spieß um und sagt, nee, 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 du bist eine Person. Du bist ein Charakter. Und du bist das in Form einer Verantwortung, einer Aufgabe, die du in der Gruppe hast. Stell dir wie so einen Ameisenhaufen vor und jede Ameise hat eine Funktion. Und durch diese Funktion wird ihre Identität, ihr Individuum, ihre Person, ihr Ego, ihr Ich definiert. Früher im Mittelalter hat man die Menschen einfach nur nach ihrem Beruf bezeichnet. Da gab es einfach den Müller, da gab es den Bauer, da gab es den Bäcker. Und später haben wir die dann Herr Müller, Herr Bauer und Herr Bäcker benannt. Und auch mit Vornamen und Nicknames versehen. Und da erspürt man schon, dass es früher höchstwahrscheinlich so war, dass der Beruf einer Person hauptsächlich, also die Funktion einer Person in der Gruppe hauptsächlich für die Identitätsbildung verantwortlich war. Und so auch der Fliegenpilz zu mir, der meinte, deine Person ist Bullshit. Deine Figur, dein Ich ist so gesehen Bullshit. Aber was kein Bullshit ist, ist deine Aufgabe. Die ist echt. Deine Person, dein Ich. Das ist, das kannst du mal loslassen. Aber was du anpacken solltest, das ist dein Weg. Deine Aufgabe. Vielleicht deine Mission. Und das ist auch dein Name. Das ist auch das, wie die anderen dich sehen. Als das, was die anderen dich bezeichnen. Als das, was die anderen. Ja, verzeih meine gebrochene Grammatik. Aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Und wenn nicht, dann guck dir dieses Video nochmal eine halbe Geschwindigkeit an. Ich weiß nicht, ich neige manchmal ein bisschen zur Geschwindigkeit in meiner Kommunikation. Aber das ist halt das Element, das mich so inspiriert hat am Fliegenpilz. Der Fliegenpilz hat mir so geile Fragen gestellt. Und die Fragen, die der Fliegenpilz mir gestellt hat, ähnelten auch sehr den Fragen, die Jesus im Neuen Testament stellt. Fragen wie, ja, da kommt, in der Bibel gibt es zum Beispiel diese Geschichte, da kommt der, äh, da kommt der Stadthalter oder der, kannst du dir vorstellen, der, 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 der Regent der Stadt, äh, bittet Jesus hervor und fragt ihn, ey, wer bist du denn? Ey, ey, was ist mit dir? Alle reden von dir, aber wer bist du denn? Und dann antwortet Jesus, ja, wer ich bin. Hm, ja, was sagen denn die anderen, wer ich bin? Und genau das Gleiche hat der Fliegenpilz mich gefragt. Ich so zum Fliegenpilz, oh, wer bin ich? Was soll ich hier auf dieser Welt? Was, 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 was soll ich mit meinem Leben machen? Wer bin ich? Und der Fliegenpilz so, ja, was sagen denn die anderen, was du bist? Oder, ja, was machst du denn gerne? Was ist denn deine Leidenschaft? Was ist denn dein Herz? Und ich so, ja, mein Herz. Und du, dann konnte ich mein Herz so gut spüren und was ich will und meine Vision. Und er meinte, das bist du. Der Weg, den du tief in dir am aller, 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 allerliebsten gehen möchtest. Das ist deine Identität. Und Jesus sagt auch in der Bibel, ich bin der Weg. Ja, was soll das heißen? Kryptisch, mystisch. Ich bin der Weg. Das hat der Fliegenpilz auch gesagt. Du bist der Weg deines Lebens. Du bist der Zeitstrahl. Diese Geschichte, die du erzählst, das bist du. Und das ist unfassbar geil. Und egal, was du in deinem Leben machst, es ist super geil, dass du es überhaupt machst. Und ich denke, solange du dich nicht umbringst, machst du alles richtig. Also die Geschichte, die du erzählst in deinem Leben, das ist das, woran die ganze Natur sich erfreut. Und diesen Weg zu folgen, ja, das ist eher Erfolg. Zumindest in der Sicht des Fliegenpilzes. Und er hat mir noch tausend andere Sachen gesagt, die ich in einem anderen Video auch noch vertiefe. Ich habe einen Podcast aufgenommen mit Dennis Freischlath auf meinem Myself-Kanal. Die kannst du dir auch mal reinziehen. Da gehe ich dann auch mal in die Tiefe. Da sind auch ganz, ganz viele andere Dinge passiert. Und ich habe noch weitere Fliegenpilzreisen gemacht. Aber so viel will ich in diesem Video mal erzählen. Von diesem Moment, wo ich diese Bestätigung bekommen habe. Meines Weges. Und seitdem bin ich verrückt nach dem Fliegenpilz und wünsche anderen Menschen auch diese Erfahrung. Ich weiß allerdings nicht, ob du auch so eine Erfahrung haben wirst. Ich habe vielen Menschen den Fliegenpilz verabreicht, gegeben. Ich habe zu Zeremonien eingeladen, zu Fliegenpilz-Partys. Aber habe dann festgestellt, und deswegen habe ich damit auch wieder aufgehört, weil ich habe festgestellt, dass der bei jedem anders wirkt. Die einen sind eingeschlafen. Die anderen haben wie von der Tarantel gestochen, einen Block genommen und einen Stift und super viel aufgeschrieben. Andere haben einfach nur gelacht und gelöst. Gesagt, wie interessant das sei und sich mit mir unterhalten. Wieder andere haben aber leider überhaupt nichts gemerkt. Auch auf sehr hohen Dosen. Deswegen habe ich auch aufgehört, Fliegenpilz-Zeremonien anzubieten. Weil es ein absoluter Chaos-Pilz ist. Es ist eine Überraschung. Es ist entweder der Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht oder gar nichts. Und mit diesem Risiko musst du halt auch in die Erfahrung gehen. Und einfach so diese Haltung, okay, ich konsumiere jetzt hochdosiert Fliegenpilz. Und hochdosiert ist so 8 Gramm, 10 Gramm, 12 Gramm. Aber du kannst auch schon mit 3 Gramm, 4 Gramm anfangen. Natürlich auch je nachdem, wie potent dein Pilz ist. Das Ganze solltest du natürlich entsprechend den klassischen psychedelischen Reiseregeln tun. Set, Setting, Dosis. Mit diesen Standards solltest du dich schon beschäftigt haben, wenn du dieses Video überhaupt zu Gesicht bekommst. Wenn nicht, dann google dich bitte durch. Auf setandsetting.de zum Beispiel gibt es eine fulminante Bibliothek an Informationen zu diesem Thema. Also bilde dich weiter, bevor du in die Erfahrung gehst. Ich kann dir nur sagen, du kannst nicht wissen, was passiert. Aber ich wünsche dir eine Erfahrung, die dich bereichert. Und ich wünsche dir, dass du diesem Spirit des Fliegenpilzes begegnest, damit in Kontakt kommst und ein paar Tipps und Einsichten für dein Leben bekommst. Damit du ein schönes Leben hast. Denn darum geht es mir hier. Dass du in deine Kraft kommst. Das heißt, dass du fühlst, wer du bist. Deinen Weg fühlst. Deine Mission, deine Vision, deine Lust an dem Ganzen auch wieder findest. Und ja, ich dann hoffentlich in der Zukunft, in einer Welt lebe, in der mehr Menschen diesem Herzen, das sie in sich tragen, folgen. Noch eine andere Sache zum Schluss, die der Fliegenpilz mir klargemacht hat. Wille ist so etwas Ähnliches wie Liebe. Dich mit deinem Willen zu beschäftigen, ist nicht egoistisch, sondern ist deine Aufgabe. Denn das, was du tief in deinem Herzen wirklich willst, ist ein Ausdruck von Liebe. Und diese Idee, Wille und Liebe, weil Liebe ist so absolut gut. Alle reden von Liebe, Liebe, Liebe und Liebe ist was ganz Tolles und so weiter. Aber Wille? Dein Wille? Dein Wille geschehe? Oh, shit. Was? Das mal gleichzusetzen. Einfach mal darauf zu meditieren. Oh, mein Wille, wenn ich irgendwas will, ist das vielleicht ein Ausdruck von Liebe. Das war für mich ein sehr inspirierender Gedanke. Ich weiß nicht, ob es mit dir irgendwas macht. Wenn nicht, dann haben wir hier auch wieder die klassische Situation des Problems der Erkenntnis einer psychedelischen Reise, dass man die kaum weitergeben kann. Weil es ist so intim und für mein Leben, für mein Gehirn hat das so gut gepasst, aber vielleicht für deins nicht. Und deswegen hier auch noch mein Tipp abschließend, falls du hochdosierte psychedelische Erfahrungen mit dem Fliegenpilz machst, du brauchst davon niemandem erzählen. Und versuch auch nicht unbedingt deine Erkenntnisse an andere weiterzugeben und andere zu belehren mit dem, was du verstanden hast. Weil, schau mal, dieses Video hier mache ich drei Jahre nach meiner Erfahrung. Also ich habe ein paar Jahre erstmal gebraucht, oder zwei Jahre. Ich habe mir erstmal viel Zeit gelassen, um diese Erfahrung sacken zu lassen, um dieses Video jetzt hier auch zu machen. Und das Gleiche empfehle ich dir auch. Deine Intimerkenntnisse sind vielleicht einfach was für dich. Deine Vision und deine Beziehung zum Fliegenpilz, deine Beziehung zu diesem Spirit und auch deine Beziehung zu anderen Spirits der psychedelischen Welt, wie zum Beispiel dem psilocybinhaltigen Pilz, dem Acid, 5-Meo-DMT, Ayahuasca. Das sind Beziehungen, die du hast in gewisse Räume in dir oder außerhalb von dir, je nach Perspektive. Das sind Beziehungen, die du hast zu gewissen Spirits, zu gewissen Räumen, zu gewissen Lehrern. Und die ist hauptsächlich für dich allein gedacht. Und wenn du anfängst, daraus Predigten zu machen und anderen erklären zu wollen, wie sie zu leben haben, dann begibst du dich damit in ein kleines Labyrinth, aus dem du vielleicht nicht mehr so schnell rauskommst. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Wenn nicht, schreibt mir gerne eine Frage, stell mir eine Frage in die Kommentare und vielleicht reagiere ich ja drauf und vielleicht ignoriere ich dich auch. Das müssen wir mal sehen. Je nachdem, was ich will. Denn ich versuche hier, das zu verwirklichen, was ich durch den Fliegenpilz gelernt habe. Der Fliegenpilz kann dich zum Berserker machen. Wenn du bei Wikipedia Berserker eingibst, dann wirst du einen Hinweis darauf finden, dass man vermutet, dass die Wikinger früher Fliegenpilze zu sich genommen haben, bevor sie in den Krieg gezogen sind. Und dann hieß es, dass die Berserker kommen. Und ein Berserker war jemand, der sich komplett nackt ausgezogen hat, die dicke Axt genommen hat und dann so auf seine Gegner zugerannt ist. Das war ein Berserker. Und ich hatte mal eine Reise auf Fliegenpilz. Da habe ich so einen ähnlichen Zustand erlebt. Ich war aber draußen im Park mit einem Freund und der Fliegenpilz kickt rein. Ich hatte, glaube ich, acht Gramm konsumiert und auf einmal bekomme ich eine übermenschliche Kraft und bin so im Park und fange so an zu lachen wie ein Wahnsinniger. Weil ich mich so kaputt gelacht habe über diese Affenmenschen, die da alle so im Park sitzen mit so einem riesen Abstand voreinander und alle so, ja, ich bin hier im Park alleine mit meinem Buch. Ich möchte keinen Abstand, aber ich möchte auch jemanden ansprechen. Aber ich traue mich nicht, aber ich habe auch Angst. Aber ich habe auch keine Angst, weil ich habe keinen Bock. Ich hatte das Gefühl, diese ganzen Gedanken zu spüren und zu sehen, wie lächerlich wir alle sind, weil wir alle gehemmt sind und verkorkst sind und kompliziert sind. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach, weil wir wollen alle das Gleiche. Aber wir kriegen es nicht hin, diese Bedürfnisse so angenehm, friedlich, nice zu befriedigen. Naja, auf jeden Fall habe ich einen riesen Lachanfall bekommen in diesem Park und das war nicht mehr kontrollierbar. Das wurde dann so ein bisschen so ein Problem. Ich habe auch angefangen, so Räder zu schlagen und so zu lachen. Und ich habe mich halt so frei gefühlt in der Öffentlichkeit wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, dass so Ketten von meinem Körper gesprengt werden und ich mich so gerne zeige. Und ich hatte so das Gefühl, Menschheit, sieh mich an, schau, wer ich bin. Wie schön, dass ich existiere. Wie schön, dass ich lebe und wie schön, dass ihr da seid. Und ich habe mich wie ein Affe gefühlt im Wald. Null Hemmungen, null zurückhaltende Energien in mir. Naja, das ging halt so weiter und es wurde immer stärker. By the way, der Fliegenpilz wirkt halt auch so sechs, sieben Stunden. Das kann sehr lange gehen und das kann in der dritten, vierten Stunde nochmal richtig stark werden. Naja, auf jeden Fall zurück zur Story. Ich bin in diesem Park mit meinem Kumpel und auf einmal kriege ich auch so diese Lust, mich auszuziehen. Weil ich hatte so das Gefühl, ich bin ein Tier mit einem Fell, also mit einer Haut. Und ich dachte, hä, was machen diese Klamotten hier? Die stören. Du siehst ja auch einen Affen nicht mit Kleidung. Du siehst auch eine Katze nicht, die sich so irgendwie eine Kleidung irgendwie ergaunert und versucht. Es ist unnatürlich, es ist ungeil für die Tiere. Und ich denke, wenn du mal ein Tier einkleiden würdest, würde das Tier von alleine wieder versuchen, diese Kleidung loszuwerden. Und so habe ich mich auch gefühlt. Dann habe ich so auf einmal versucht, mich auszuziehen. Und mein Kumpel so, ey, 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 nein, 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 nein. Der war Gott sei Dank nüchtern als ich und hat immer wieder mich gestoppt und meinte so, ey, mach das nicht. Und ich so, hä? Achso, ja, 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 okay. Und dann wieder, ah, 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 bin ich in diesem Berserker-Wahn und dachte, ist doch alles scheißegal. Ist doch voll lustig. Ist doch egal. Ich bin doch ein freies Wesen. Ich bin doch ein freies Tier. Naja, so frei sind wir dann doch nicht in unserer Gesellschaft. Auf jeden Fall habe ich es dann mit Ach und Krach noch zurück in meine Wohnung geschafft. Außerdem hatte ich immer wieder so Schocks in meinem Körper und bin auf den Boden gefallen. Bin so zehn Meter gelaufen und bin dann wieder auf den Boden gefallen. Und Backstory dazu. In mir hatte ich dann so die Erkenntnis, oh, ich war eben überheblich. Ihr erinnert euch, ich bin durch den Park, habe Räder gemacht, habe mir gedacht, wie dumm alle sind und habe mich so frei und groß gefühlt. Und später habe ich dann auf den Sack bekommen und der Fliegenpilz so, na, wie groß fühlst du dich jetzt? So bam, 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 hat mir immer wieder so Ohrfeige gegeben. So Elektroschocks und ich bin auf den Boden gefallen. Und dann bin ich wieder aufgestanden und dachte so, oh fuck, dann bin ich wieder ein paar Mittagern gegangen und dann bam, bin ich wieder auf den Boden gefallen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe mich selber erhöht auf den Fliegenpilz. So zu einer ultimativen Gottheit oder sowas. Und dann, bam, wurde ich wieder erniedrigt. Entsprechend dem Satz von Jesus, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und das habe ich so auf Fliegenpilz erlebt. Naja, die Erniedrigung hielte sich aber an Grenzen, weil Gott sei Dank mein Freund Dennis Freischlath bei mich dann auch in meine Wohnung gebracht hat. Und in der Wohnung ging es dann nochmal so ein, zwei Stunden, wo ich alle fünf Sekunden einen kompletten Gedächtnisverlust erlebt habe. Und ich dachte, bin ich tot, bin ich nicht tot? Aber die Erfahrung ging nicht so nach innen meditativ, ruhig, wie beim psilocybinhaltigen Magic Mushrooms, sondern es war die ganze Zeit so voll on fire. Und ich ging also in meiner Wohnung weiter auf und ab, hatte meinen Kumpel da und in diesem Warnzustand ging es mir innerlich blendend. Ich hatte auch so ein Körpergefühl von Watte. Bin umgefallen auf dem Boden, habe mir überhaupt nicht wehgetan. Am nächsten Tag tat es dann weh. Also für mich innerlich war das Heaven, Paradise, einer der schönsten Reisen oder Tage oder Momente meines Lebens. Aber vom Außen betrachtet war das dann doch so ein bisschen kritisch, gefährlich. Sowohl für mich, als auch für mein Umfeld. Und dann gäbe es noch ein drittes Feld, in dem der Fliegenpilz zum Einsatz kommt. Also wenn wir sagen, hier oben bei hohen Dosierungen ist die psychedelische Erfahrung. Da tritt der Fliegenpilz als Plant Teacher, als Lehrer auf. Hier unten ist das Mikrodosieren. Da hilft der Fliegenpilz, die Willenslust und die Durchsetzungskraft zu steigern für den Alltag. Das sogenannte Microdosing. Dann gibt es noch so hier diesen Mittelwert, so diese zwei, drei, vier Gramm, die hervorragend für Party dienen. Einfach Party. Und für mich ist der Fliegenpilz eine geile Alternative zu Alkohol. Du kannst dich abschießen und du hast überhaupt keinen Kater am nächsten Tag. Stell dir vor. Und ich habe mich auch schon mit Freunden getroffen und wir haben einfach ein paar Gramm Fliegenpilze zu uns genommen. Wir haben gegessen und getrunken, laut Musik gehört und dann haben wir angefangen zu tanzen. Und wir haben uns so gefühlt wie auf Wolken. Und am nächsten Tag null Kater. Ich habe mich wie neu geboren gefühlt. Also für mich ist der Fliegenpilz auch eine perfekte Partydroge in diesem mittleren Feld. Zum Schluss möchte ich noch etwas über die Legalität sagen. Ja, der Fliegenpilz steht nicht auf der Betäubungsmittelgesetzbuchliste, ist also in Deutschland nicht als Droge gelistet. Dementsprechend ist der Verkehr damit legal. Allerdings ist er nicht als Lebensmittel vertreibbar. Zum Vergleich, ich kann auch nicht Teer nehmen und Teer als Lebensmittel vertreiben, auch wenn eine Teer legal ist. Gras ist legal von der Wiese. Ja, ich meine dieses Gras, das Kühe essen. Aber du kannst auch nicht Gras rupfen, das in einen Umschlag packen und sagen, hier, das sind Bonbons, die verkaufe ich jetzt als Lebensmittel. In Deutschland ist natürlich sehr klar geregelt, was als Lebensmittel vertrieben werden darf und was nicht. Und deswegen vertreiben wir den Fliegenpilz als Räucherwerk. Denn wir möchten, dass der Fliegenpilz unter die Leute kommt. Aber natürlich möchten wir das nicht als Lebensmittel vertreiben, sondern als Räucherwerk. Deswegen räuchert kräftig weiter die Fliegenpilze, probiert es aus, fühlt euch rein und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Lust findet, dass ihr euren Willen findet und dass ihr zu einem Menschen werdet, der sich gerne zeigt, der gerne existiert und nichts dagegen hat, dass die Welt ihn sieht und erfährt, solange er hier ist. Hier noch eine kleine Zukunftsaussicht. Es könnte natürlich sein, dass der Fliegenpilz auch bald in Deutschland legal als Lebensmittel, als Medikament vertreibbar ist. Denn westliche Institute forschen damit. Und wie das so ist in unserer Gesellschaft, erst werden Sachen verteufelt, dann werden Dinge erforscht und dann werden sie verherrlicht. Und ich hoffe, dass diese Laufbahn auch mit dem Fliegenpilz geschieht. Das war's. Herzlichen Dank fürs Anschauen des Fliegenpilzgeiles. Mein Name ist Lionel aka Fliegenpilzking und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir einfach auf Instagram oder fliegenpils.gmail.com.